Noah Schneeberger, 7 zu 1 Sieg im dritten Spiel in den Playoffs. Es ist die Reaktion, die er wahrscheinlich erhofft hat. Das ist genau so, jetzt haben wir einen Schritt vorwärts gemacht und wir wollen in die Richtung weiter gehen. Ansonsten ist wieder der nächste Match und wir werden noch bissiger noch mehr angreifen. Vielleicht den Gleichen muss man sagen, der Anfang ist ja gleich in die Hose. Wir gehen wieder mit 1-0 in den Rückstand. Das ist sicher nicht das gewünscht, was wir haben wollen. Aber wir konnten kurz darauf reagieren und es ist gut herausgekommen. Wir hatten recht viele Abspielfehler, Giveaways und alles. Ist doch die Nervosität noch etwas da gewesen? Das möchte ich nicht sagen. Wir haben sicher auch einen guten Job gemacht und das Leben auch nicht einfach gemacht. Aber schlussendlich sollte er sein und wir konnten ihn zu Hause behalten und jetzt geht es eben darum stimmt. Gerade die Verteidiger stehen ja im Fokus, wenn sie mit dem Vorchecking gehen können. Du warst ja auch immer wieder beim Passen, hast einen im Gesicht, passieren auch viele Pässe, auch ein paar schöne Pässe. Wie erlebt man das so? Das ist eigentlich wie ein Spiel-Game. Man versucht sicher als Verteidiger einen guten ersten Pass herauszubringen. Manchmal gelingt es besser und manchmal weniger, weil dann versucht man es halt auf die weniger schönen Art herauszubringen. Ja. 7-1 klingt recht krass. Das spielt in den Playoffs eigentlich keine Rolle. Wie bleiben wir am Boden? So siehst du ganz recht. Also ich denke, der Match ist jetzt schon wieder abgehöbelt. Jetzt gehen wir gut essen und dann gut schlafen und morgen trainieren. Und dann tust du jetzt weiter. das wird jetzt schon wieder vom